Hallo und Willkommen zu Chemie. Erinnere dich einmal an Experimente im Chemieunterricht. Auch an die, die dein Lehrer gemacht hat. Was kam dabei ganz oft zum Einsatz? Genau, der Bunsenbrenner. Aber warum heißt er eigentlich Bunsenbrenner? Wem er seinen Namen zu verdanken hat, werde ich dir in diesem Video vermitteln. Das Video gliedert sich wie folgt. Als erstes erfährst du einige grundlegende Dinge zum Namensgeber des Brenners, Robert Wilhelm Bunsen. Danach sehen wir uns die Station seines Lebens an. Was für wichtige Forschung und Erfindung auf sein Konto gehen, erkläre ich dir im nächsten Abschnitt. Wer waren Bunsens Arbeits- und Zeitgenossen? Das lernst du im vierten Abschnitt. Am Ende gibt es eine kurze Zusammenfassung. Wer war nun Bunsen? Sein voller Name lautet Robert Wilhelm Bunsen. Er war ein deutscher Chemiker. Geboren wurde er am 30. März 1811 in Göttingen, als Jüngster von vier Brüdern. Sein Vater war Literaturprofessor und Bibliothekar. Bunsen studierte Naturwissenschaften und Mathematik an der Universität Göttingen, an der er dann 1834 promovierte. Er war also schon mit 23 Jahren ein Doktor. Er starb am 16. August des Jahres 1899 in Heidelberg im Alter von 88 Jahren. So, nun weißt du schon mal ein paar Eckdaten über Bunsen. Sehen wir mal, wohin es ihn in seinem Leben gezogen hat. Geboren wurde er, wie du schon weißt, in Göttingen. Hier erhielt er im Jahre 1834 seine Lehrbefähigung und übernahm auch einen Lehrstuhl an der Universität, an der er selbst gelernt hatte. In Kassel nahm er eine Lehrtätigkeit an einer höheren Gewerbeschule auf. Bei Arbeiten im Labor kam es zu einer Explosion, die ihn am Auge verletzte. Dadurch erblindete er teilweise. Außerdem forschte er an dem Hochofenprozess in einer Stahlhütte nahe Kassel. Er wurde dann an die Universität Marburg versetzt. Zu dieser Zeit genoss er schon große Anerkennung aufgrund seines Wirkens und Forschens. Die Uni Breslau war seine nächste Station. Er nahm ihren Ruf an und begann dort seine Lehrtätigkeit. Dort wurde ihm ein neues, eigenes Labor gebaut. Hier lernte er Gustav Kirchhoff kennen, mit dem er später erfolgreich zusammenarbeiten würde. Seine Zeit in Breslau war allerdings nur kurz. Schon nach drei Semestern verließ er die Uni und wandte sich nach Heidelberg. Dort nahm er einen Lehrstuhl an und erhielt auch hier ein neues Labor. Er forschte unter anderem an Elektrolyseverfahren und an der Spektralanalyse. Für die Spektralanalyse perfektionierte er einen von Michael Faraday entwickelten Gasbrenner. Aber dazu gleich mehr. Im Alter von 88 Jahren starb er in Heidelberg und wurde auch dort bestattet. Du hast jetzt einen kurzen Einblick bekommen, wo Bunsen gewirkt hat. An was er in seinem Leben geforscht und was er erfunden hat, sehen wir uns nun an. Er entwickelte ein Gegenmittel zur Arsenvergiftung. Dieses wird auch heute immer noch angewandt. Er beschäftigte sich eingehend mit dem Hochofenprozess. Durch eine bessere Nutzung der Verbrennungsgase konnte er die Befeuerung deutlich effizienter gestalten. Er entwickelte die Jodometrie als analytisches Verfahren. Dabei kann man auf die Menge eines Stoffes schließen durch die Reaktion mit Jod. Natürlich stammt der Bunsenbrenner von ihm. Er entwickelte ihn weiter und konnte so einen Brenner schaffen, der in seiner Flamme einen reduzierenden und oxidierenden Bereich hat. Außerdem erfand er eine Zink-Kohlebatterie. Sie ist in etwa so aufgebaut. Sie war eine preisgünstige Stromquelle für Labore, da es noch kein umfassendes Stromnetz gab. Weiterhin entwickelte er ein Verfahren zur Gewinnung von reinen, unedlen Metallen. Dies geschah durch eine Elektrolyse der geschmolzenen Chloride des jeweiligen Metalls. Auf diese Weise konnte Lithium, Magnesium, Aluminium und Calcium gewonnen werden. Die Entdeckung der beiden Alkalimetalle Rubidium und Cesium sind ebenfalls ihm zuzuschreiben. Eine seiner wichtigsten Erfindungen, die bis heute genutzt wird, ist die Spektralanalyse. Sie diente Bunsen zum Nachweis von Alkali- und Erdalkalimetallen und Wasserstoff. Dafür wurde eine Salzprobe in den Bunsenbrenner eingebracht. Dabei leuchtet es auf. Es zeigt sich dabei ein spezifisches Emissionsspektrum. Das heißt, es wird eine bestimmte Wellenlänge abgestrahlt. Dies zeigt sich durch die dazugehörige Farbe, wie du in diesem Spektrum sehen kannst. Das war ein Ausschnitt aus Bunsens Wirken und Forschen. Du siehst, er hat eine Menge entwickelt, das auch heute noch der Wissenschaft zugutekommt. Ich möchte dir nun noch ein paar wichtige Arbeits- und Zeitgenossen Bunsens vorstellen. Als erstes Gustav Robert Kirchhoff. Er arbeitete mit Bunsen zusammen an der Spektralanalyse und entwickelte später die kirchhoffschen Gesetze. In seiner Zeit in Heidelberg hatte er viele Schüler.